In Part 21 von Star Wars Jedi Academy spielen wir wieder mit Kyle Katz und Maus, beziehungsweise wir spielen mit den Sturmtruppen Katz und Maus und ein paar von diesen Sith-Kultanhängern haben wir auch getroffen in dieser Burg des Darth Vader. Endlich ein funktionierender Lift. Schön. Ich zieh mal lieber mein Schwert. Verstecken ist sinnlos. Es gibt keinen Kopf. Okay. Leute, das geht schon heftig los in diesem Part. Ja, das war jetzt auch dringend nötig. So, also hier ging es lang und auf der anderen Seite geht es auch noch lang. Machen wir mal erst so hier. Auch schon da, Kyle? Oh, das kann nichts, der. Kann ich? Versuch mal, hier bloß ein paar. Ah! Ich wollte ihn jetzt herziehen. Sorry, Leute. Das war mir jetzt dann doch irgendwie zu heftig. Noch einer da, Kyle, oder hast du den allein geschafft? Ja. Ist das da, wo die anderen waren? Ach, da bist du, Kyle. Gut, das sieht das nur hier überall gleich aus. Ich fürchte, das sieht überall gleich aus. Müssen wir, ah, wahrscheinlich müssen wir da rauf. Ops, was ist denn das für schickes? Paket Kontaktminen, aha. Ops. Ah! Na, großartig. Das war ja großartig, Jayden. Das haben wir toll gemacht. Und ich. Hallo. Kyle. Kommst du auch, oder? Da müssen wir wahrscheinlich, hm, Griff machen. Gute Idee. Wir können die Energie wieder in die Maschine speisen und sie so überlasten. Ja, ja, das war die beste Idee überhaupt. Okay. Und was machen wir damit dann, wenn wir das tun? Könntest du mir vielleicht einfach mal helfen, Kyle, oder? Oh, oh. Die machen alles kaputt. Jayden, bist du okay? Ja, mir geht's gut. Wo bist du? Ich bin mir nicht sicher. Ich hol dich schon ein. Geh jetzt ohne mich weiter. Jetzt wird deine fiese Lache fehlen. Jetzt wird die Burg Raiders und hinter die Kulter ran. Was ist los, Jayden? Nichts, womit ich überfordert wäre. Gut. Ich hatte ein wenig Ärger, aber ich bin gleich oben in der Kamkammer. Okay. Ich frage mich, warum das Imperium hier überall ist. Gute Frage. Untersuchen Sie die Kultaktivitäten? Da kann ich wahrscheinlich raufspringen. Ich frage mich, warum ich das sehr müde bin. Ich frage mich, wenn da tausend andere Wunschte und mich ganz genusslich beschießen kann. Na endlich. Noch einer. Wo ist da noch einer? Da ist noch einer. Okay. Okay. Alle erledigt. Da ist allerdings nur eine grüne Tür. Und so direkt kann ich da wahrscheinlich nicht raufspringen. Nee. Ist das ein Aufzug hier in der Mitte? Nee. Boah. Darth Raiders Marsch. Bist du neu hier? Ja. Du hast eine gute Wahl getroffen. Der Meister kehrt bald zurück und führt uns zum Ruhm. So, so, der Meister. Wow, ist das heftig, Leute. Okay. Habe ich gar nicht so schlecht geschlagen, oder? Okay. Hallo, du. Bist du allein? Sagt mal, wo habt ihr überall eure Lichtschwerter hier? Sind wir oben? Ah, ja, okay. Natürlich die Frage, wo wir jetzt hin müssen. Oh, das ist doch eine R2-Einheit. Da ist eine R2-Einheit. Ich bin stärker als du. Juh. Hilf. Ich bin stärker als du. Meinst du? Ah. Genau. Wenn mir dann der Special Move mal gelingt, dann ist das schon recht cool. So. Gut. Die Gegner werden immer heftiger. Shit. Okay. Da wäre jetzt dann natürlich mal Schutz angebracht. Hallo, Jaden. Dieser Schutz hilft ja echt viel. Ich muss kurz durchhalten, damit wir Jaden heilen können. Müssen wir warten, dass die Macht sich aufbaut. Und so. Nächster Fahrstuhl ins Ungewisse. Oh, sorry. Das wollte ich jetzt gar nicht machen. Ich wollte das hier machen. Ach, da unten wäre ja auch so vieles Aufladeteil gewesen. Trottel. So, ich schätze mal, dass es hier durchgeht. Aber bevor ich hier durchgehe... Komm ich natürlich hier nicht mehr runter. Na, prima. Ja, dann. Ah, da ist auch noch was. Okay, immerhin. Schild Energie groß aufgenommen. Ja, Leute. Dann gehen wir mal durch diese Tür. Oh, du schon wieder. Oder so einer wie du. Ein Jedi? Ein Sith-Kultist? Findest du... Ich weiß aber nicht, ob wir besser mit diesen Typen... Hallo, ich hab Schutz gemacht. Hast du gedacht? Ich weiß jetzt zwar nicht, ob der Schutz funktioniert hat. Ach, du schon wieder. Man erwartet uns oben im Thronraum. Warum denn? Ich denke, die sind fast fertig oben. Wir brechen bald auf. Oh, oh. Oh, shit. Komm, ey. Okay. Okay. Ich will es ja nicht verschreien, aber ich schlag mich nicht so schlecht. Okay. Das ist wahrscheinlich später der Ausgang. Warum ist der Keil nie da, wenn man ihn braucht? Okay, da gehe ich jetzt auch in Richtung Absorption, Leute. Aber das kann nur Sith-mäßig enden. Kontrollpunkt. Schon wieder Zweifel gehen. Wie immer zu zweit sie sind, ich weiß schon. Das war jetzt aber mal ein guter Fight. Das ist sogar ausnahmsweise so gelaufen, wie ich mir das gedacht hatte. Allerdings hatte ich nicht gedacht, dass ich mich selber verletze dabei. Okay. Fahrstuhl. Was geht hier vor? Wui! Den habe ich mal gut... Zufall gut getroffen. Ich bin jetzt in der Burg. Sieht aus, als hättest du dich hier unten um alles gekümmert. Wo bist du gerade? In einem Hangar. Okay, dann bin ich gleich bei dir. Halleluja, Leute. Was war denn das für ein Typ? Ein Oberkultist oder so, hä? Gibt es hier noch irgendwas zum Einsammeln? Da hinten gibt es noch was. Das ist immer halt mächtig zu, das Tor. Warum darf ich mich hier so üppig aufladen? Ich denke mal, hier muss ich weiter, oder? Da gibt es auch noch mal... Hol mich doch, Jedi. Hol mich doch, Sith. Was hast du denn drauf? Oh, ich habe es geschildert. Absorption habe ich drauf. So. Okay, muss ich hier jetzt irgendwas betätigen? Das ist mir kaputt. Ja, da sind sie ja runtergekommen. Vielleicht kann ich ja hier einfach auch rauf. Ja, das geht. So. Was ist denn hier los? Hallo, du. Jämmerlicher Jedi. Oh. Wo ist er? Oh, Leute. Was ist das? Was macht ihr hier mit mir? Boah, die Macht ist komplett aufgebraucht. Schaut mal. Und regeneriert sich auch irgendwie nicht. Weil die Absorption noch läuft wahrscheinlich. Eui, Leute. Eui, Leute. Jetzt an. Ja, genau. Weil die Absorption noch aktiv war. Ja, die Musik passt wirklich sehr dazu. Ich weiß jetzt gar nicht. Von da komme ich, glaube ich, oder? Keil, sag mir bitte, dass du das bist. Da will ich nicht zerquetscht werden. Da geht es nicht durch. Ah, da ist eine Tür. Oder komme ich von da rein? Nee, ich komme von links rein. Da dachte ich zumindest, wäre eine Tür. Ist sie aber nicht. Ah, Moment. Hier ist was. Moment. Was ist denn das, bitte? Oh, die haben uns Drogen verpasst. Ah, das sind diese Typen. Ah, das sind diese Typen, ne? Was sind denn das für welche? Was sind denn das für welche? Danke. Also ich kann jetzt nicht viel sagen. Ihr seht, dass das echt heftig ist hier. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich da fliegen muss oder mich da in Stellen oder... Es könnte sein, dass ich da jetzt die Schwierigkeit brauche. Die Schwierigkeit war der Trick. Leute! Was geht hier denn ab? Was geht denn hier ab? Ah, okay. Kontrollpunkt. Ist das ein Aufzug? Sieht so aus... ...eine Burg... ...wie es einem Sith, äh... ...gebührt. Nein, nicht schon wieder. Ich dachte, das sind wieder so Sith-Typen. Ne, waren es nicht. Waren bloß... ...Super-Blaster-Kämpfer. Oh... No. Also wenn das mal jetzt nicht nach Boss-Fight aussieht... ...jämmerlicher Jedi. ...jämmerlicher Jedi. Hallo? Hallo? Hab dich rechtzeitig gedrückt. Noch mal. Ich brauch Absorption, das ist das Wichtigste. Wow, sind die... Da mochte jemand Vader nicht sonderlich. Da mochte Vader nicht sonderlich. Okay, das lief besser. Okay. Ja, Leute, äh... Ich denke mal, wir müssen da rauf irgendwie. Aber das machen wir dann wirklich schon im nächsten Part... Erst im nächsten Part von Star Wars Jedi Academy. Und ich würde sagen, diese Mission auf V-June... Boah, die zieht sich länger hin, als ich dachte. Also, bis zum nächsten Part. Ciao!